Ja, das hat man auch nicht alle Tage. Ich habe ein bisschen zu spät eingeschaltet. Das ging auch viel zu schnell. 0 zu 11. Verliert Alex Fleming, Satz 3. Hier auch noch 2 zu 1. Tischtennis ist immer wieder unlos. Und er hat dem Gegner nicht einmal die Gelegenheit gegeben, einen Höflichkeitspunkt abzuschenken, weil bei einem Standelfunk 10 zu 0 er selber den Fehler geschlagen hat.